Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einem weiteren Wochenausblick und damit wahrscheinlich oder sehr wahrscheinlich den letzten dieses Jahr, nachdem ja dann Weihnachten ist. Schauen wir einfach mal, was die nächste Woche bringt, nachdem diese Woche wirklich beschissen war. Also wir hatten eine wirklich beschissene Woche und muss man ganz ehrlich mal gleich zu Anfang dazu sagen, Kryptoim deutlich nach unten gegangen, die Aktienmärkte deutlich nach unten gegangen, wenig Positives durch die FED, die Inflationsdaten waren zwar positiv, aber die FED-Sitzung danach hat doch dann doch mal ordentlich Unsicherheit in den Markt gebracht. Das sehen wir uns natürlich alles auch gleich nochmal an. Ob das wirklich alles mit der FED zu tun hatte oder wegen den negativen Aussichten, wage ich immer noch ein bisschen zu zweifeln, aber wir können uns das alles im Chart später anschauen. Trotzdem, bevor wir starten, lasst doch dem Video gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, gerne in die kostenlose Telegram-Talk und Signalgruppe reinkommen und wenn ihr Bock habt, immer benachrichtigt zu werden, gerne auf die Glocke klicken. Gut, und damit würde ich sagen, starten wir direkt durch und zwar die Woche ist eigentlich relativ ruhig. Montag, Dienstag erwarten wir sehr, sehr wenig News. Es geht dann erst ziemlich am Mittwoch dann wieder los und zwar mit den Hypothekenanträgen. Ihr wisst, ich bin mega geil immer auf die ganzen Immobilien Sachen, was so in den USA abgeht und da kommen eben am Mittwoch wieder ein bisschen so Zahlen, Hypothekenanträge, wie fallen die so aus, ein bisschen durchwachsen die letzten Wochen und für mich ist es immer noch, ich habe es letzte Woche in dem Video gesagt, was erwarte ich für das neue Jahr 2023, das ist für mich der größte Unsicherheitsfaktor. Nicht Krieg, nicht Inflation, nicht die FED, sondern der Immobiliensektor. Das ist für mich momentan so der größte Unsicherheitsfaktor für nächstes Jahr. Ich bin der Überzeugung, dass das Ding früher oder später einfach einkracht. Bin ich einfach vollends überzeugt. Wenn ihr es nicht so seid, schreibt es unten gerne in die Kommentare oder schreibt generell unten mal in die Kommentare, was denkt ihr eigentlich so, wenn ich immer so über den Immobilienmarkt da quatsche. Seht ihr das jetzt übertrieben an? Soll ich es lieber lassen oder würde mich mal einfach eure Meinung interessieren? Auf jeden Fall ist das für mich nächstes Jahr immer noch so ein Punkt, wo ich sagen würde, okay, da müssen wir extrem, extrem aufpassen. Die FED hat gesagt, 5,1% Zinsen, um einen kleinen Rückblick hinzusetzen, ist momentan nach jetzigem Stand Max Payne einfach so. Das ist top einfach. Sie wollen es aber dann auch längerfristig halten. 2024 sind wir dann, glaube ich, nur noch bei 4,1%, aber es ist immer noch nicht die Welt. Und es sind hohe Zinsen für Leute, die ihre Immobilien abzahlen müssen. Klar, der Jobmarkt ist momentan noch stark, weil viele Firmen, das hat Paul auch in seiner Rede gesagt, viele Firmen schwer Mitarbeiter bekommen haben. Und die jetzt wieder zu entlassen, würde einfach noch viel schwerwiegender fallen. Das heißt, der Arbeitsmarkt ist momentan noch zu robust und das wirkt sich dann noch nicht auf den Immobiliensektor an. Aber für mich, ihr kennt dieses eine Video, wo ich damals gemacht habe, für mich so ein Blick in die Vergangenheit immer, wir hatten immer zwei Tops. Immer hatten wir zwei Tops, was die Inflation anbelangt. Und dieser, ich sage jetzt mal, dieser Immobiliensektor könnte das Ganze dann nochmal ein bisschen zum zweiten Top bringen. Weil wenn der crasht, wird wieder Geld gedruckt. Die Frage ist nur, crasht er zuerst oder kriegen wir erst den zweiten Inflationspick, je nachdem, wie die FED damit umgehen kann. Ja, gleichzeitig noch dazu, Verkäuf bestehender Häuser. Klar, die Leute müssen wieder ein bisschen liquide sein. Da sehen wir auch schon so eine kleine Trendwende. Es werden immer, es werden weniger verkauft erst einmal noch. Also noch geht es alles. Es spiegelt halt so diesen ganzen Markt momentan noch wieder. Dem Markt geht es zu gut. Das ist das, was Paul auch gesagt hat. Der Arbeitsmarkt, die Beschäftigungszahlen auch bei den Unternehmen und die Zahlen und so, die sind alle noch zu gut. Und wenn wir uns das einfach mal so ein bisschen die Vergangenheit angucken, so immer so Rückblick, ja, da hatten wir dann schon einen deutlichen Peak hier zwischen 2008 und 2009. Also momentan ist da noch nichts absehbar, was die Verkäufe der bestehenden Häuser zumindest aussagt. Da sind wir alles noch im Negativen. Also es werden weniger Häuser verkauft. Also er hat schon recht. Es gibt der FED einfach die Möglichkeit, die Zinsen weiterhin so stark zu erhöhen. Wenn wir aber hier langsam dann eine Trendwende reinkriegen, dann wird es wirklich interessant werden. Und das ist dann auch so ein Punkt, wo dann auch, sag ich mal, die Märkte dann wahrscheinlich wieder mehr Hoffnung sehen. Ist absolut scheiße und klingt absolut wie Müll einfach. Aber umso mehr Arbeitslose wir haben, umso mehr Häuser verkauft werden, desto schlechter geht es halt der Wirtschaft, desto eher ist die Chance, dass wieder Geld in den Markt gepumpt wird wie blöde. Und das dann wiederum für die Märkte wiederum positiv ist. Was man aber auch da vielleicht noch ein bisschen zwischenschieben sollte, ist so ein kleiner, was so ein bisschen auffällig ist, dass vor allem US-Zentralbanken und chinesische Zentralbanken Gold en masse kaufen. Ich habe schon öfters gesagt, ich überlege mir, Gold reinzuholen ins Depot oder ins Portfolio. Bin ich immer noch so, das ist so mein Ziel für 2023. Weil, warum sollten Zentralbanken so viel Geld horten? Wir haben an sich schon zwischen China und USA eine angespannte Lage. Taiwan auch noch dazu nächstes Jahr. Und dann wird viel Gold gekauft, natürlich. Weil, um sich, sag ich mal, sein Geld immer, immer weiter nicht zu entwerten zu lassen und so, wäre es dann die stärkste Währung. Das wird schon ein interessantes Jahr nächstes Jahr. Und ja, wie gesagt, dann Immobiliensektor kommt dann am Mittwoch. War jetzt nur nochmal so ein kleiner Ausblick so ins nächste Jahr, was ich so ein bisschen kritisch sehe momentan zumindest noch. Ja, und dann würde ich sagen, blicken wir doch gleich mal zum DXY. Der hat nämlich diese Woche ordentlich gepumpt. Man sieht es hier ganz gut. Wir ziehen die Linie nochmal ein bisschen gescheiter. So, da haben wir ja drüber gesprochen, dass wir einerseits die blaue Linie und nochmal ein tieferes Tief. Also, noch tiefer ist er dann nicht mehr gekommen auf 103. Die Fed hat dann ihr Übriges getan. Durch die Erhöhung der Zinsen hat der DXY jetzt erstmal seinen Downtrend durchbrochen und pumpt hier erst einmal wie blöde. Wichtig wird es jetzt dann zu sehen sein. Vor allem auch für die traditionellen Märkte und natürlich für Bitcoin, ob hier dieses Hoch nochmal rausgenommen werden kann. Wir können auch genauso wie in den normalen Kryptomärkten auch hier mal so eine kleine Supplyzone ziehen, weil das ja natürlich auch Widerstand ist. Das funktioniert beim DXY genauso, genauso wie Ineffizienzen hier diese blaue auch funktioniert hat. Wir haben jetzt erstmal diesen radikalen Abverkauf hier wieder komplett wettgemacht. So, und jetzt kommt es eben darauf an, diese 104,8 oder sagen wir mal 104,9 ist jetzt so die Grenze, wo wir drüber müssen. Kommen wir da drüber, ist es ganz, ganz schlecht für Krypto und ganz, ganz schlecht für die traditionellen Märkte. Vor allem jetzt die letzten zwei Wochen im Jahr, wo dann sowieso keine Jahresendrallye mehr kommen könnte. Kriegen wir hier jedoch erst einmal so eine kleine Trendwende nach unten wieder. Dass wir zumindest mal diesen Bereich hier unten wieder um 104 Punkte wieder oder 104 US-Dollar wiederum testen. Heißt, wir prallen hier oben zurück, kriegen kein Higher High auf den Daily, auf den kleineren Timeframes eher nicht, aber auf den Daily. Wenn wir da kein Higher High kriegen, könnte nochmal diese Zone eben hier unten getestet werden. Und dann vielleicht im neuen Jahr, je nachdem, was die FED so uns zu sagen hat. Die nächste FED-Sitzung ist ja erst am 1. Februar dann wieder, beziehungsweise auch Inflationsdaten und sowas auch in der Nähe. Dass wir dann hier erstmal so eine kleine Erholung sehen beim DXY, der natürlich die letzten Wochen ordentlich Federn gelassen hat. Klar, die Märkte jetzt unter Druck. FED hat jetzt ihre Zinsprognose festgesetzt. Erstmal 5,1. Es könnte natürlich hier nochmal einen deutlichen, deutlichen Auftrieb geben. Für die nächste FED-Sitzung sind dann erstmal 0,25, also 25 Basispunkte erst nochmal eingepreist. Trotzdem, in der Zwischenzeit könnte das dem Dollar nochmal ordentlich, ordentlich Aufwind geben. Nachdem die Kryptomärkte unter Druck sind etc. pp. müssen wir jetzt aber erstmal diese Woche gucken. Die 104 US-Dollar-Marke ist das erste Ziel. Dann gleich nochmal der Blick vielleicht auch zum Mittwoch dann, was mit dem Dow Jones ist. Auch hier haben wir jetzt unsere Ineffizienz gestern gefüllt. Gutes Zeichen, dass wir die jetzt erstmal gefüllt haben. Das war auch so ein Unsicherheitsfaktor. Und wir sehen, wenn ihr euch jetzt ein bisschen so an Bitcoin nochmal erinnert, nochmal ganz kurz das Chartbild hier. Hier, man sieht schon gewisse Ähnlichkeiten. Auch dieser Peak hier oben nochmal, wo wir am Dienstag bzw. Mittwoch hatten, zwecks den Inflationsdaten. Also du siehst schon eine gewisse Ähnlichkeit. Wir hatten unsere Ineffizienz, die wurde bei Bitcoin jetzt auf den Dollar genau gefüllt. Wir haben die Ineffizienz hier unten beim Dow Jones gehabt. Die wurde perfekt gefüllt und wir testen gerade unseren Abtrend noch, bzw. unseren Downtrend noch einmal. Hier aus unserem Falling Broadening Wedge. Wir gehen mal ganz kurz in den Daily Chart. Gefällt mir das ein bisschen besser, dann seht ihr das auch besser. So, hier dieses Falling Broadening Wedge wurde ja durchbrochen. Wir hatten dann extreme Probleme über Wochen jetzt hier an unserem Golden Pocket, an da oben an dieser blauen Ineffizienz. Wir konnten keinen richtigen Close da drüber sehen. Klar, ein Daily Close gab es, aber der nächste wurde sofort wieder abverkauft. Dieser Wick hier oben war auch noch da und dann ging es ordentlich bergab aufgrund Fett und dem ganzen Mist, was jetzt die letzten Tage passiert ist. So, und für den Dow Jones wird es halt jetzt extrem, extrem spannend. Kriegen wir hier, also wir hatten einen Daily Close, das war ganz, ganz wichtig hier, über der 32.800-Punkte-Marke. Fallen wir da drunter, kann es sehr, sehr schnell Richtung 32.000-Punkte-Marke gehen. Hier unten haben wir nochmal so eine kleine Daily-Demand-Zone, die uns Support geben könnte. Ansonsten wäre der nächste Bereich erst hier bei 30.000-Punkte. Könnte für einen ordentlichen Crash nochmal sorgen, vor allem an den traditionellen Märkten. Wir blicken dann auch gleich natürlich nochmal zu Bitcoin. Aber Montag, Dienstag könnte erstmal ein bisschen ruhiger werden aufgrund der wenigen Zahlen. Mittwoch werden wir dann sehen, wie es der Hypothekenmarkt bzw. der Immobiliensektor aufgestellt. Ist er positiv? Könnte das den nächsten Dämpfer für die traditionellen Märkte geben? Wir können mal ganz kurz, zumindest mal ein bisschen vorläufig, uns hier das Golden Pocket ziehen. Von unserem kompletten Abtrend würde dann ungefähr bei 31.000 Punkten liegen. Also nicht mehr weit von unserer Support-Zone hier unten bzw. unserer Demand-Zone. Wir hätten auch diesen ganzen Pump hier gefüllt. Also ich würde es nicht abschreiben, dass wir die 31.000 US-Dollar bzw. 31.000-Punkte-Marke dieses Jahr noch sehen. Es kommt ganz genau auf die nächste Woche an. Brechen wir unseren Abtrend hier komplett, also kommen wieder in dieses Falling, Brodering, Reaction. War das Ganze hier ein schönes Fake-Out. Und tschüss, All-Time-High. Können wir das halten? Montag, Dienstag ist wichtig und dann der Mittwoch eben. Und dann geht es wieder hier ans Golden Pocket. Und dann kommt der nächste Puffer, den ich jetzt noch vorbereitet habe. Und zwar, ihr könnt ja sehen, wir haben hier diesen Extrem-Wick. Es kann gut möglich sein, dass wir jetzt hier erstmal ein bisschen Support reinkriegen die nächsten Tage bis nächste Woche. Dann einen Doppeltop bilden, vielleicht nochmal so bis ungefähr 34.900 bis knapp 35.000 Punkte. Und dann eben das Doppeltop bilden, Retest und nächstes Jahr Abfahrt. Und wir gucken jetzt mal ganz kurz, ihr wisst, ich bin kein Pattern-Freund, aber man kann es ja trotzdem einfach mal ganz kurz ziehen. Sollte es so eintreffen, würde es ziemlich genau hier unten mit unseren 30.000 Punkten passen. Also wie gesagt, ich sehe momentan das Ganze ein bisschen kritisch. Merkt ihr schon ein bisschen. Wichtig ist jetzt erstmal den Support zu halten. Dann müssen wir ganz genau beobachten, ob wir hier einen Doppeltop reinkriegen. Und das halte ich momentan für das wahrscheinlichste Szenario. Doppeltop aufgrund des starken DXY, aufgrund des katastrophalen Kryptomarktes momentan einfach, dass wir hier einen Doppeltop reinkriegen und dann vielleicht Anfang des Jahres sogar, nochmal die ersten paar Wochen, vielleicht Januar, maximal noch Februar, nochmal deutlich, deutlich bearischer werden. Dann hier unten Support reinkriegen, im Golden Pocket in dieser Nähe. Und dann deutlich, deutlich bullischer. Das passt auch zu meiner Prognose, die ich vor einer Woche gegeben habe, dass wir das erste Quartal noch ein bisschen schwammig wird. Das zweite dann vielleicht schon positiver und im dritten dann deutlich, deutlich bullischer. Gut, dann gehen wir noch gleich dazu in den Donnerstag Folgeanträge Arbeitslosenhilfe und natürlich auch die Erstanträge Arbeitslosenhilfe, die kommen dann auch wieder. Die Erstanträge waren natürlich auch überhaupt nicht gut für den Markt. Aktuell 211.000 neue Anträge prognostiziert waren, 230. Und es ist halt, wir bräuchten viel, viel mehr Arbeitslosenanträge. Und ihr müsst sehen, da ist Twitter, da ist Tesla, da ist Facebook, der ganze Müll, die ganzen Tech-Werte sind da einfach schon mit drin. Und das ist halt nicht positiv. Und das drückt natürlich die Märkte, der Wirtschaft geht es einfach viel zu gut. Leider. Weiter zu den News, Bruttoinlandsprodukt kommt dann am Freitag. Prognose 2,7 Prozent, aktuell war es 2,9. Also auch hier eine kleine Abschwächung nochmal vom Bruttoinlandsprodukt. Schauen wir mal, wie das eintrifft. Das könnte dann am Freitag nochmal zur Bewegung um, was haben wir hier, 14.30 Uhr müsste es glaube ich kommen. Genau, 14.30 Uhr führen. Und dann noch die PCA-Kernrate. Also die Kernrate privaten Konsumausgaben beschreibt die Änderung der Waren- und Dienstleistungspreise, die US-Konsumenten im Berichtszeitraum erworben haben. Schließt aber Lebensmittel und Energie aus, deswegen nicht so geil wegen Lebensmittel und Energie, aber trotzdem interessanter Aspekt. Prognose sind 0,2 und kann natürlich auch für die weiteren Inflationsdaten interessant werden. Sollten wir hier ein deutliches Hochsehen, gehen die Märkte komplett runter. Sollten wir hier sogar einen Minus sehen, wäre das vielleicht sogar ganz bullisch. Müssen wir mal gucken. Also ihr seht, die Marktlage an sich, beziehungsweise die Newslage ist diese Woche sehr, sehr gering. Trotzdem stehen ein paar wichtige Zukunftszahlen an, sag ich mal. Den Arbeitsmarkt muss man einfach jede Woche im Blick behalten. Und dazu würde ich auch dann gleich sagen, blicken wir auf den SPX. Auch hier haben wir schon unser Doppeltop gebildet. Da haben wir ja auch letzte Woche drüber gesprochen. Es ist extrem, extrem wichtig, dass wir hier über dieses Falling Broadening Wedge drüber kommen. Wir hatten kein Daily Close darüber. Wir sind einmal hier letzte Woche zurückgewiesen worden. Diese Woche auch zu FED. Daily Close darunter. Und dann gab eben dieses Doppeltop. Und was man auch dazu noch sagen muss, was ich euch ja auch gesagt habe. Wir haben hier noch unser CME Gap bei ungefähr 3.787 Punkten. Also auch hier momentan ein bisschen bearish. Das Golden Pocket konnten wir nicht durchbrechen nach oben hin. Also nicht wirklich bullische Zahlen. Auch hier beim SPX. Wünschenswert wäre natürlich gewesen, wir kommen aus diesem Falling Broadening Wedge nach oben hin raus. War leider nicht so. Der WIG zählt nicht. Daily Close leider darunter. Also der ganze Markt ist weiterhin bis auf den Dow Jones in einem absolut katastrophalen Zustand. Beziehungsweise in einem absoluten Downtritt. So ehrlich muss man einfach sein. Da braucht man auch keine Hoffnungen machen. Wichtig sind jetzt einfach so die Zahlen. Was lässt sich rauslesen? Wie tief kann es noch gehen? Auch hier ganz kurz der Blick ins Golden Pocket. Die 3.720 Punkte Marke wäre so das erste Ziel. Auch weil wir hier unten nochmal so ein kleines CME Gap haben. Dann wurde so ziemlich alles eigentlich gefüllt. Wir können nochmal ganz kurz auf die kleineren Timeframes gucken. Wir hätten hier unten nochmal bei 3.600. Aber das ist jetzt erstmal nicht das vorübergehende Ziel. Wichtig ist glaube ich diese Woche die 3.777. Könnte Montag, Dienstag eintreffen. Je nachdem wie der Markt dann ist. Dass wir hier vielleicht doch nochmal auch so eine Trendwende kriegen. Wie wir gerade beim Dow Jones drüber gesprochen haben. Also heißt Doppeltop. Und dann die Abfahrt nach unten. Also ich bleibe eher auf der bearischen Seite diese Woche noch. Was die Zahlen auch anbelangt. NDX gleiches Spiel. Hier haben wir das CME Gap auch wieder fast auf den Dollar genau gefüllt. Aber, jetzt kommt das große Aber. Wir haben noch ein viel viel größeres. Und zwar bis hier runter circa. Also dieser ganze Bereich könnte früher oder später jetzt noch so langsam gefüllt werden. Nachdem wir hier aus dem Golden Pocket ausgebrochen sind. Haben wir aber noch ein relativ großes Ding. Und wir schauen nochmal hier ganz kurz auf den Daily Chart. Wie es denn hier damit aussieht. Wir sind hier noch lange nicht ins Golden Pocket reingekommen. Also das können wir uns abschmieren. Downtrend weiterhin intakt. Wir hatten zwar ein Daily Close da drüber. Aber wurden sofort am nächsten Tag wieder abverkauft. Also NDX, die ganzen Tech-Werte. Wäre ich einfach komplett vorsichtig weiterhin hier irgendwas zu traden. Dow Jones und SPX lässt sich deutlich, deutlich einfacher meines Erachtens nach traden. Aber für mich jetzt mal kurz Zusammenfassung. Montag, Dienstag könnte relativ ruhig werden mit so einer kleinen Erholung. Mittwoch kommt es dann auf die Zahlen an. Donnerstag, Arbeitsmarktdaten sind die positiv. Für uns, also für uns, dass die deutlich, deutlich höher sind. Könnte es nochmal einen Pump geben. Das würde dann für den Dow Jones und für den SPX für diese Doppeltop-Theorie sprechen. Und dann deutlich Abfahrt vielleicht über Weihnachten oder zwischen Weihnachten und Neujahr. Oder Anfang des neuen Jahres dann. Ihr wisst, was ich meine. Aber ansonsten, ich weiß nicht. Gefällt mir das ganze Ding nicht. Downtrends sind überall klar ersichtlich, bis beim Dow Jones. Das könnte sich dann aber ganz, ganz schnell ändern. Und ja, die XY einfach momentan zu stark. Die Fed hat uns keine wirklichen Hoffnungen gemacht. Aber, und jetzt kommt das große Aber. Man muss bei der Fed auch vorsichtig sein. Was soll die Fed sagen? Was soll Pole sagen? Ja, nee, wir haben das gröbste überstanden. Dann gehen die Leute wieder komplett in den Markt rein. Die Leute kaufen wieder, wie blöd. Das heißt, die Inflation steigt wieder. Also er muss ja die Erwartungen dämpfen. Da hat die EZB schon wieder ein bisschen, also EU, ein bisschen lockerer. Da reagiert, ja, ist ja gar nicht so schlimm und so. Das muss man Pole schon zugute halten. Aber ganz klar, noch nicht wirklich die Zeichen für eine Trendwende. Dazu kommen wir dann jetzt auch gleich nochmal zu Bitcoin, ganz zum Schluss. Auch hier haben wir jetzt im Update heute Morgen schon drüber geredet. Das Golden Pocket wurde getestet. Das war jetzt erstmal der erste Support. Trotzdem online für den Kryptomarket. Wir befinden uns in diesem übergeordnet riesigen Falling Wedge Chart Pattern. Daran hat sich nichts geändert. Wir sind hier oben zurückgewiesen worden bei den 18.300, 18.400. Golden Pocket, wenn das nicht hält, sehen wir auf jeden Fall die 15.8. Wenn nicht sogar noch deutlich tiefere Kurse von 14.600 US-Dollar. Das ist momentan nach dem Falling Wedge absolut mein Tief. Würde nochmal hier unten nochmal so eine kleine Nachkaufzone triggern. Und ansonsten sehen wir dann einfach mal, wie das Ganze weitergeht. Bullisch bin ich jetzt nicht unbedingt kleine Relief Rallye vielleicht. Was heißt Rallye in Anführungszeichen? Kurzfristig vielleicht nochmal die 17.2 bis 17.6 ungefähr. Das wäre nochmal so das Ziel. Ansonsten bin ich eher auf der Seite, dass wir nochmal deutlich, deutlich nach unten gehen. Gut. Und das war es dann von meiner Seite. Also wie gesagt, ich weiß nicht, ob nächste Woche dann nochmal ein Wochenausblick kommt für dieses Jahr. Weil dann ist ja schon Weihnachten, Heiligabend. Müssen wir mal gucken. Ansonsten lasst gerne ein Like da. Abonniert den Kanal. Schreibt gerne mal eure Meinung zur nächsten Woche unten in die Kommentare rein. Würde ich mich darüber freuen. Und ja, schönen Start ins Wochenende. Morgen kommt dann noch der vierte Teil des Beginner Guides. Wie setze ich einen ersten erfolgreichen Trade? Schauen wir uns morgen an. Und ja, das war es von meiner Seite. Like da lassen, Abo da lassen, mich unterstützen. Vielen, vielen Dank. Bis dahin. Ciao, ciao und stay crypto.